Ja, oder Querdenker war ein hervorragender Begriff übrigens, der ja auch sehr gut besetzt war. Heute ist er ja schlecht besetzt. Also ich bin so ein bisschen in der Vogelperspektive und versuche die Welt zu verstehen. Und ich glaube, diese Unschärfenrelation ist eine ganz wichtige Grundlage dafür, um das Gesamtbild zu erkennen. Wenn ich mich zum Beispiel mit Geschichte auseinandersetze, dann bringt es nicht nur die geopolitische Geschichte zu sehen, welche Grenze hat sich unter welchem Feldherrn wie verschoben. Denn Geschichtsbücher sind ja eigentlich nur Kriegsberichterstattungen, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle. Die Politik, die Soziologie der Menschen untereinander, die Mentalitäten spielen eine Rolle. Die Architektur spielt eine Rolle, die Kunst gewissermaßen dann auch, die Entwicklung des Volkes insgesamt und natürlich auch die Geopolitik. Die Religion spielt eine große Rolle und dann wird das Ganze natürlich unscharf und breit gefasst. Und man hat das Gefühl, man kann es nicht mehr wirklich konkret erfassen. Das stimmt auch, weil man dann im Detail unscharf wird, insgesamt aber dann einen Zopf flechten kann aus den verschiedenen Perspektiven, um dann zu erkennen, was könnte die Grundlage sein. Wenn ich nur auf Geopolitik ausgelegt bin, dann bringt es relativ wenig, wenn ich ganz bestimmte religiöse Begebenheiten in einem bestimmten Zeitraum, den wir besprechen, außen vorlasse. Das könnte nämlich der Grund sein. Und deshalb ist es immer wichtig, das Gesamte zu betrachten. Also es liegt ja ziemlich deutlich auf der Hand seit dem letzten Jahr, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, dass wir mittlerweile Hunderttausende von Firmeninsolvenzen zu verzeichnen haben, in Europa, speziell auch in Deutschland. Und Deutschland ist ja nun mal das finanzielle Zugpferd auch der EU. Die EU ist wiederum nicht Europa, sondern mehr oder weniger eine Art NGO, eine Nichtregierungsorganisation, wo ja quasi Lobbyverbände eine Struktur entwickelt haben in Brüssel und in Straßburg und nennen es dann Parlament. Das ist ja auch so eine etwas spannige... Wir haben ja dann jetzt vor kurzem so eine NGO-Wahl gehabt. Im Prinzip ist das eine NGO-Wahl. Also haben wir sozusagen die Aufsichtsratmitglieder gewählt. Ja, das wäre eigentlich aus meiner Sicht der fairere Weg, wenn wir sagen würden sowieso, wir wählen den Vorstand von Rewe und wir wählen den Vorstand beispielsweise von BMW oder von BASF, weil da natürlich mehr Politik gemacht wird als von den Politikern selbst, die ja in diesen Strukturen eingebunden sind. Und ich glaube eben halt nicht, dass die Politiker wirklich in der Entscheidung sind. Horst Seehofer hat das in seinem berühmten Zitat ja gesagt, diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden, wurden niemals gewählt. Und das ist ja eine Bankrotterklärung für die parlamentarische Demokratie. Und das erkennen wir natürlich immer deutlicher, dass genau diese parlamentarische Demokratie und die Tatsache, dass es Parteien gibt, die ja die Aufgabe haben, die Menschen in Parts durch die Zentrierung auf ihr Wahlvolk quasi andere dadurch etwas hinten runterfallen lassen, also eine Spaltungsaufgabe haben. Parteien spalten die Menschen, das ist deren Aufgabe von System her. Deshalb bin ich ja auch der Meinung, dass Parteien in Parlamenten verboten sein müssten. Nicht Parteien verbieten, das nicht, aber in Parlamenten schon, weil da erwarte ich Objektivität. Also man könnte ja das auch wieder mit einem Spruch belegen. Mal sehen, wie viele Sprüche mir noch einfallen heute. Also dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Sind Parteien oder Politiker anfällig für Korruption? Parteien sind an sich natürlich das Instrument für Korruption. Es ist doch ganz logisch. Es ist sehr einfach natürlich, wenn ich eine Gruppe zentriere, dass ich den obersten Boss aus der Gruppe, zum Beispiel einen Parteivorsitzenden, bestimmt begünstige aus meiner Perspektive eines großen Konzerns oder eines sonstigen Spekulanten beispielsweise. Denn wir haben ja heute kaum noch Unternehmer, die etwas unternehmen. Es sind ja keine Unterlasser. Sonst hieß es ja Unterlassungen. Es sind Unternehmungen. Und diese Unternehmen sind gar keine wirklichen Unternehmen mehr, sondern das sind Kapitalsammelbecken. Volkswagen zum Beispiel hatte so viel Geld, dass sie sich das Thema Autobauen eben halt leisten konnten. Aber das ist das Entscheidende. Es sind eben halt mittlerweile große Kapitalsammelbecken. Und die Vorstände, die dort drin sitzen, sind keine Unternehmer, sondern es sind Funktionäre. Das sind Manager. Die haben Wirtschaft studiert, sind auf Profit ausgelegt und haben bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Wenn man solche Menschen beispielsweise entsprechend steuert durch finanzielle Anreize, dann haben wir genau dieselbe Situation, wie wir bei den Parteien auch haben. Und so versucht man eben halt durch die große Konzentration, durch die Zentralisierung, eine kleine Gruppe von Mächtigen zu haben. Und die sind dann natürlich relativ leicht zu steuern durch die weit noch mächtigeren Kapitalsammelbecken, die sogar noch oberhalb der Bank liegen. Das ist nicht nur in den Parteien so, das ist dann zum Schluss auch in Bauernverbänden so oder in anderen Strukturen. Fußball. Wenn ich mir angucke, beispielsweise einen kleinen Fußballverein in Hintertupfingen, die jetzt mit ihrem Verein den Rasensport frönen und Freude haben und dann am Rasen stehen und klatschen, wenn die Kinder zum Beispiel Fußball spielen. Und jetzt sehen wir uns einen großen Bayern München oder sonstige große Chelsea oder was auch immer an. Und da haben wir plötzlich Manager dieser großen Vereine, die für Millionen dann die Senderechte an öffentlich-rechtliche Sendungen dann verschachern. Und da beginnt dann schon die Korruption. Größe ist immer eine Anfälligkeit für Korruption. Deshalb ist es so wichtig, dass der Unternehmer, Max Weber, der Soziologe, hat das mal so beschrieben, als Pionier des Fortschritts gesehen wird, der neue Gebiete erobert, annektiert, sich mit seinem Unternehmen identifiziert. Ich kenne viele kleine mittelständische Unternehmer, das waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung, die haben auf ihre Gehaltszahlungen verzichtet und haben vom Privaten gelebt, einfach nur um ihr Unternehmen zu retten. Wir haben hier eine Situation, die ja für jeden offensichtlich ist. Also diese Argumentation noch im Einzelnen zu beleuchten, die macht fast wenig Sinn, weil ich merke einfach, dass die meisten Menschen es verstanden haben, aber sich nicht trauen, noch etwas zu sagen. Und die Angst vor Ächtung ist so groß, die Macht der Medien ist so groß. Und wir sehen die Macht der Medien. Wenn ich sehe, dass hier bei der RBB Frau Schlesinger oder wie sie hieß, wenn man feststellt plötzlich, dass die ein Gehalt bezieht als eine kleine regional-öffentlich-rechtliche Intendantin, was höher ist als die des deutschen Bundeskanzlers, dann kann man erkennen, dass die Macht dieser Intendanten größer ist als die des Bundeskanzlers. Denn anhand der Gehaltsstruktur kann ich erkennen, ungefähr wo die Macht liegt. Und wenn wir sehen, dass diese Parteienstrukturen letztlich natürlich nur eine einzige Zielrichtung haben, größer zu werden und zu wachsen, weil sie mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Macht haben wollen, dann merken wir, dass es niemals um die Interessen der Bürger geht. Und das sollte ja eigentlich im Spiel sein. Richtig, weil die meisten haben noch nicht begriffen, wenn einer sich was aneignet, muss er es dem anderen irgendwie abnehmen. Ganz eindeutig so ist das. Und was wir bräuchten, sind Abgeordnete, die ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich sind. Nicht auf dem Papier, sondern real. Wer sich aber auf sein Gewissen beruft und dabei zu anderen Ergebnissen kommt, als die Vorgabe der Parteiführung, der wird nicht mehr auf irgendeinem Wahlzettel geraten. Mit anderen Worten, man steuert es. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht, wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister. Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streb ein. Herr Streb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.